Ich bin Thorsten Nagelschmidt. Ich gehöre zu denen, die als junge Punk-Kids zum ersten Mal über das Zapf-Fanzine auf Texte von Martin Büsser gestoßen sind. Das war in den frühen 90ern und Martin Büsser hat meistens über Bands geschrieben, von denen ich noch nie gehört hatte. Und zwar Texte über diese Bands geschrieben, die ich nicht verstanden habe oder nur zur Hälfte verstanden habe und genau deswegen so interessant fand. Ich habe hier heute einen Text ausgesucht von Martin Büsser, der nicht im Zapf, sondern in der Testkarte erschienen ist, 1999. Ein Text über Hubert Fichte. Er heißt Der von Zuweisungen befreite Mensch und ich werde nicht den ganzen Text lesen, sondern einen kurzen Auszug unter der Zwischenüberschrift Pop, nicht Rock Literatur. Nicht, weil Hubert Fichte einmal gemeinsam mit einer Beatgruppe auftrat, nicht, weil sein Roman die Palette im Kneipenmilieu der Früh 60er Bohem Hamburgs spielt und nicht, weil er einmal Frank Sepper zitiert hat, kann und sollte er als wegweisender Popautor gelten. Denn Pop hören bzw. hörten, wie die 68er Radioauftritte klar machten, auch andere, selbst Gabriele Wohmann und Siegfried Lenz. Literatur wird heute dort gerne mit Popkultur in Zusammenhang gebracht, wo sie besonders authentisch von der Straße erzählt, wo sie möglichst wenig artifiziell, selbstreflexiv und fiktional auftritt, sodass am Ende der Autor für den Erzähler gehalten werden kann. Das liebste, seit mehr als 30 Jahren immer wieder ähnlich gestaltete Sujet solcher Literatur mit Street Credibility, der geile schnelle Fick, möglichst wenig Liebe und Zärtlichkeit, aber viel Zunge, Finger und Flüssigkeit, die Rast und Ratlosigkeit zwischen Suff, Drogen und Erbrochenem, vitalistisch hämmernde, nie allzu lange Sätze, eine Sprache, die ebenso wenig stehen bleibt und das Geschehen ist reflektiert, wie die vom Lebensstrudel mitgerissenen Helden oder Antihelden zur Reflexion fähig wären, deren Nichtreflektieren geradezu mit anti-intellektuellem Impetus vorgeführt wird. Eine solche Schreibweise zieht sich in unterschiedlicher Qualität bei fast allen als Pop-rezipierten Autoren durch, vor allem natürlich bei Charles Bukowski, von späteren Generationen immer wieder bemüht, in den 1990ern noch einmal aufgegriffen im Social Beat, einem panischen gegenseitigen sich überbieten, Qualität wird gemessen von der Anzahl von im Text ausgeschiedenen Körpersäften pro Seite. Prost, Kameraden! Wer diese Auffassung von gelungener Pop-Literatur nicht teilen will, kommt zwangsläufig zur Debatte, wie sie in den letzten Jahren bereits anhand der Musik zwischen Pop als künstlerischer Strategie ständigen Wandels und Rock als Authentizitätsversprechen geführt wurde. Bukowski und seine unrasierten Adepten vom Prenzelberg, um nur ein Zentrum zu nennen, wie gesagt, der Text ist von 1999, lassen es rocken. Selbst Bücher wie Trainspotting und About a Boy sind noch stark einer solchen Rockhaltung verpflichtet, obwohl bereits wesentlich artifizieller, weniger unmittelbar jener Geste verhaftet, die selbst noch über größtes Selbstmitleid vorspiegeln möchte, vom einzig richtigen Leben im Falschen zu handeln. Schau, wie mein Körper zerfällt, greint und lacht der Rocker zugleich, aber besser, als so ein Spießer zu werden wie du. Passende Anmache in einer Kneipe, in die ich eigentlich zur Abwechslung gerne gehe, weil dort auch mal Motorhead nicht immer nur Drum'n'Bass gespielt wird. Bulgakov, fragt es vom Nebentisch, ich kenne nur Bukowski und es reicht. Let there be Rock. Pop hingegen, verstanden als permanenter Wechsel der Sicht und Erzählweisen, als Einfühlen in andere und anderes, als Glam-Ironie, als Mannigfaltiges, einer der zentralen Begriffe, über die Gilles Deleuze zum Pop-Philosophen hat werden können, Pop als strategisches Lob der Oberfläche, das sich stets neu in Welten hineinversetzen kann, ohne gleich danach zu fragen, ob es sich um Real- oder Kunstwelten handelt, meint etwas ganz anderes als das, wofür Rock-Anhänger, wenn sie denn lesen, gerade Bukowski so schätzen. Gemeint sind literarische Texte, die weder das Authentische vorgeben, noch solche, die sich im Fiktionalen erschöpfen und damit dem Germanisten wunderbar die Literaturautonomie garantieren, sondern solche, in denen das Authentische und das Fiktionale einander dermaßen durchdringen, dass die Grenze zwischen beidem irritierend fließend wird. Texte dieser Art hat hierzulande in nicht überbotener Konsequenz, meine ich, bislang nur Hubert Fichte geschrieben. Da müssen sie hinein, sagt der rote Pressezar. Beate Use ist der Gartenzwerg des deutschen Ehebetts. Der ganze Laden ist in hohem Maße Faschistoide. Da wird natürlich kein Beat gespielt. Nur alles, was der Ehe und dem normalen Verkehr dient, natürlich. Also, the great sister watches your everything. Ich. Als ich reingehe, wird Beatmusik gespielt. Ich nehme ein Einkaufskörbchen. Meine Frau nimmt ein Einkaufskörbchen. Ein forsches Mädchen kommt auf uns zu, hält uns ein aufgeklapptes Buch hin. Das müssen sie lesen. 28 Liebesspiele aus Asien, Europa und Tirol. Ich will das aber nicht lesen und meine Frau will es auch nicht lesen. Da geniert sich das Mädchen ein bisschen. Und ein bisschen genieren wir uns auch und gehen schnell weg mit unseren Einkaufskörben, wo gewöhnlich die Konserven liegen, die teuflische Wollust. Statt Tomaten, Aktfotos. Nackte Haut an heißen Küsten. Einer zu viel im Bett. Dieser spritzige, erotische Roman wird sie in Atem halten. Die Palette. Aus geschnetzeltes aus Westerland Erfahrungen auf Sylt während der Besetzung der Tschechoslowakei in Schulfunk. Natürlich setzt, wer zum Beispiel die Geschichte eines jüdischen Jungen vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten erzählt, ebenfalls authentisches, historisches Geschehen in einen fiktionalen Rahmen. Dies ist selbstverständlich ein grundlegendes, nicht notwendig auf Pop hinweisendes Charakteristikum der Prosa. Bei Hubert Fichte jedoch hat die Durchdringung von Realem und Fiktionalem ein solches Ausmaß angenommen, dass am Ende beides zur bloßen Frage von Wahrnehmung und Auffassung wird. In einer Prosa, in der Dokumentarstil, Interview, Tagebuch, Erzählung, Zitate und Reisebeschreibung miteinander verwoben sind, in einer Prosa, wo Romanfiguren realen Personen gegenüberstehen, Augstein, Henze, Wohmann, Bloch und viele mehr treten auf, werden zum Teil real interviewt. Aus diesem Grund haben einige Romane von Fichte eine Sperrfrist von 20 Jahren, um noch lebende Personen zu schonen, obgleich es sich doch um Romane handelt. Wo also in Anlehnung an Brecht, an Verfremdungseffekt und Montage, ein Mosaik aus Erzählformen bzw. erzählerischen Strategien den Kunstcharakter des Realen ebenso hervorheben, wie den Realitätsgehalt von Kunst, kommt es bei Fichte zu einem ironisch-spielerischen Umgang mit Realität, Identität, der dem Pop-Kunstwerk Andy Warhol sehr nahe steht. Mit dem wesentlichen Unterschied allerdings, dass Fichte das Identitätslose nicht wie Warhol »Alles ist schön« überaffimiert, sondern als leidenschaftliches Bekenntnis für alle Ausgestoßenen formuliert. Vergleichbar mit Liotars »Patchwork der Minderheiten« glaubt Fichte nicht mehr an eine als Kommunismus postulierte, abermals identitätsstiftende Veränderung der Gesellschaft, sondern alleine an eine Solidarität unter Negern, Schwulen, Arbeitern, Frauen, Juden, Gruppen, in denen Fichte, ähnlich wie sein diesbezügliches Vorbild Hans-Henny Jahn, die einzig nicht-faschistischen gesellschaftlichen Kräfte sieht, träffte fort vom Zentrum, sofern sie selbst nicht beginnen, ihre Gruppe als einzig legitimen zentralen Ort festzulegen. Formal lässt Fichte nichts unversucht, alleine der Umfang. Die Geschichte der Empfindlichkeit ist auf 19 Bände angelegt, den Lebensweg seiner Romanfigur Jackie diskontinuierlich und labyrinthisch als Ansammlung von Möglichkeiten, von Seinsweisen zu präsentieren. Immer wieder wird dessen Geschichte an einem anderen Zeitpunkt und anderen Ort umkreist, rund um die Welt auch lokal dezentralisiert, Hamburg, Katahina, Kolumbien, Haiti, New York, Marrakesch und andere. Über solche Orts- und Blickwechsel wird keine Identität Jackys, sondern die Vielförmigkeit dessen, was Jackie sein kann, offenbar. Etwa wenn Jackie im in Tagebuchstil verfassten Teil von Alte Welt zögert, angewidert zögert, den durchaus lukrativen Auftrag einer Griechenlandreise anzunehmen, kurz darauf schon jene doch angenommene Griechenlandreise in Form eines Reiseberichts zu lesen ist, einschließlich Interviews mit Arbeitern über die politische und ökonomische Situation des Landes, der von jenem Jackie geschrieben wurde, der die Reise aus der Sicht des Jackys in Hamburg kurz vorher nicht annehmen wollte. So erfahren wir immer wieder Möglichkeiten von Jackie, der doch als Ganzes schwer fassbar bleibt, der als ein anderer sich nicht definiert, sondern lieber andere Menschen sprechen lässt. Jackie, wie auch Hubert Fichte als Interviewer, sind häufig mit dem Mikrofon unterwegs, lassen erzählen. Sie lassen Unterdrückte und Marginalisierte sprechen, die griechischen Arbeiter und Bauern, Schwule in Lateinamerika, SM-Aktivisten auf dem Kiez. Die so entstandenen Interviews, schamlos empfindliche Befragungen, werden ohne vermittelnden Kommentar in die Geschichte der Empfindlichkeit eingebaut. Ebenso kommentarlos zitieren die Texte Schlagzeilen aus Spiegel und Bild, Beate-Use-Werbung und Slogans der 68er-Bewegung. Mittendrin befindet sich Jackie, je schärfer und genauer die Welt sich um ihn zeigt, kollagiert aus deren Originalstimmen, desto unschärfer wird die Person Jackie selbst. So geht alles durcheinander. Sex, Kommunismus, Monteverdi. Gutes Essen von goldenen Tellern. Die Dienerin steht die ganze Zeit neben unserem Tisch. Henze. Ja, man kann in Deutschland nur noch eins machen. Die Revolution. Ich lache. Aus alte Welt. Wenn etwas vom umfangreichen Werk Hubert Fichtes, das ich hier nur kurz vorstellen kann, für einen ganz speziellen Begriff von Pop stehen kann, dann ist es Fichtes Herangehensweise, Jackies Biografie über ständige Positionsverschiebungen verlaufen zu lassen. Identität erhalten alleine jene Zeitgenossen Jackies, denen er, wenn es ihm nur möglich ist, aus dem Weg geht. Darunter eben auch jene konkreten Namen, die Personenschutz angemeldet haben. Wohmann, Henze, all jene, die sich gesellschaftlich, ökonomisch, sexuell, politisch und ethnisch positioniert haben, all jene, die von Meinungen und Prinzipien reden. Jackie hingegen ist weder kühl, amoralisch noch willenlos. Im Gegenteil erwächst seine Empfindlichkeit, die gesteigerte Sensibilität gerade daraus, sich der Haltung und Positionierung entzogen zu haben, damit auch voller Misstrauen gegenüber einer klaren, wertenden und sicher auftretenden Sprache. Fichtes Sprache, sehr collagenhaft, immer möglichst wertfrei beschreibend, dabei aber natürlich auch wertend. Kurze Abschnitte, ständig Brüche. Zeilen oft, die nur aus einem Wort bestehen und obwohl nichts zwischen den Zeilen versteckt bleibt, obwohl immer alles gesagt wird, oft auch drastisch, aber nie sensationalistisch oder skandalös gesagt wird, bleibt sehr viel Freiraum. Wo andere Autoren, für die in einer Fichte-Zeile komprimierte Information prosaische Nebensätze benötigen, um Ambivalenzen zu erörtern, ergibt sich Ambivalenz bei Fichte durch Komprimierung und die über seine Schnitte erzeugten Kontraste. Empfindlichkeit drückt sich da auch in einer fiebernden Sprache aus. Zehn Fichte-Zeilen können einen komplexen Sachverhalt darstellen, für den andere Autoren zehn Seiten bemüht hätten. So gesehen hat Fichte mehr als nur ein umfangreiches Werk hinterlassen. Betrachtet man es bloß im Hinblick auf seinen Informationsgehalt, wächst es noch um ein Vielfaches über die eigentliche Seitenzahl hinaus. Ja, ich bin Thorsten Nagelschmidt, ich mag sowohl Charles Bukowski als auch Hubert Fichte, ich mag Pop und Rock und ich vermisse Martin Büssner.